Hi und herzlich willkommen zu unserem ersten Neujahr Special. Ein frohes neues Jahr im Namen von meiner Frau Christine, meinem Bruder, dem Philipp, unserem Gaster Slavik und mir, dem Marian. Uns vielen sind bisher so einige Pannen vor der Kamera passiert und wir haben sehr viel rumgealfert. Daraus haben wir einen lustigen Zusammenschnitt für euch erstellt. Als kleines Dankeschön dafür, dass ihr uns auf unseren Reisen folgt. Wenn ihr uns in diesem Video zum ersten Mal sehen solltet, wenn wir euch zum Lachen bringen, dann lasst ein Abo da. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie wir. Los geht's! Hi und herzlich willkommen. Ich bin die Christine. Ich bin der Philipp. Ich bin der Philipp. Vom Berge komme ich hier. Dann, an die Kamera gucken. So die Scheiße. Ich bin so, mhm, oder? Ja. Mhm. Ja. Oh ja. Mhm. Ich mache hier immer so. Ja, was ist das? Mhm. Oh ja. Ein Beise. Ja, Baby. Hauptsächlich wird Fisch auf unserem Pleise... Speise. Sehr gut. Speise. So, was habe ich denn noch gesagt? Ich habe es eigentlich ganz gut von der ersten Mal. Also, was wollte ich sagen? Oh, da kommen Leute. Da fängt schon an. Oh, shit. So gut aus. Hoffentlich ist das Traum. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hi. Hallo. Okay, das machen wir noch mal. Das war gerade nur ein Wort. Ein Wort und das ist schon verkackt. Aber was soll ich nur für zwei Sätze sagen? Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hi. Hallo. Kannst du ein bisschen weniger zögern, bitte? Das ist das Name. Das kommt unter Fels rein, oder? Ja. Das ist das Lager. Los geht's direkt nach dem Intro. Also, bleibt unbedingt dran. Das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Das hat dir nicht gefallen, wenn du die Leute erschossen hast? Als Hauptgericht gibt es heute Steak. Ich filme schon. Achso. Als Hauptgericht gibt es bis heute mehr. Tarp steht quasi. Und Philipp zieht sich um. Schrift zeigt mir, es ist so warm. Ich könnte mir gleich in den Schnee legen. Verstehst du? Das ist ein super Redner. Kann ich jedem empfehlen. Guten Morgen. Wir haben Tag 4. Und ich habe den Anfang vergessen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt habe. Guten Morgen. Wir haben Tag 4. Heute gibt es zur Abwechslung erstmal einen Tee, bevor es dann gleich trotzdem noch einen Kaffee gibt. Rucksäcke sind auch quasi schon fertig gepackt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das Lager ist soweit abgebaut. Die Rucksäcke sind... Okay, Alter. Aschau im Chiemgau. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Fuck. Was sollen wir denn sagen? Stimmt, wir können uns vielleicht erstmal eine Story überlegen. Komm dann bei dir Fels rein. Das sind die Späher von Sauron. Nachdem die Marinade nun zwölf Stunden eingezogen ist, kommen wir zum Dörren. Kleine Kackfliegen, ey. Ja, warte, lass mich erstmal den Krillperl füllen. Dafür will ich 10 Millionen Klicks und 100.000 Euro auf das Video. Oh Gott, oh Gott, das ist hier... Pack den Aster. Steh da oben. Alter, du Streu. Ich will hier nicht mehr. Der Jäger wartet schon, bis ein Kopf rauskommt, dass er abdrücken kann. Dann geh du mir als erstes drauf. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob die noch... Oh, filmt. Ich will dir nichts sagen, aber... Sag's. Ich lebe. Das ist schon mal gut. Dann hätten wir uns auch Sorgen gemacht. Was wollte ich sagen? Ich gucke in die Kamera. Fuck, was wollte ich denn sagen? Wir trinken jetzt nur noch unseren Kaffee. Nein, ich wollte ja da den Finger haben. Wir trinken jetzt nur noch unseren Kaffee und dann geht's auch schon dann los. Na, verdammt. Mein Gott. Noch einen? Ah, da seid ihr ja wieder. Das können wir auch bestätigen. Ebenso fängt es jetzt wieder an zu regnen. Kurz warten, ob es richtig regnet. Ja. Ich muss das liegen lassen. Yo, Leute, was geht her? Hey, hey, hey. MC Marian hier. Busch. Es raffelt mal wieder im Busch, Leute. Yay, yay, yay. Los geht's. Okay. So. Okay. Kann losgehen. Ja, auf die Glitzi färsern. Boah, Philipp. Oh, Füße. Pass auf. Alter. Das hat heute wehgetan. Dangerous, Alter. Füße. Wie. Wie. Du. Warum? Das andere wäre besser für die Klicks. Wir sind hier in den Alpen. Könnt ihr die Berge sehen, Leute? Da sind welche und da. Wir haben vor, hier drei Tage draußen zu verbringen, zu wandern, die Gegend ein bisschen zu erkunden. Wir werden zu wandern. Nehmen wir zu wandern. Ich kann auch mal schauen. Entschuldigung. Das Leib ist kaputt. Das Leib ist rausgeschnitten. Schnitt. Jojo, Lasershow, roi, roi, ne? Ziemlich, ziemlich kalt. Aber es ist nicht dieser romantische Schnee. Es ist dieser pissige Schnee. Der, der weh tut. Ein letztes Mal guten Morgen hier an diesem letzten Tag. Sondern auch wegen dem Essen, was wir draußen frisch zubereiten wollen, etwas schwerer. Fuck. Schwerer. Nehmen wir mal, zu wandern. Bei mir hat es die ganzen Jahre geholfen, wie es immer funktioniert. Schön. Ich liebe es. Jetzt nachwärts. Ja, wie macht man das, Philipp? Wie macht man das Geräusch? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.